So, herzlich willkommen zurück zu Extermination Day oder Call of Doom Extermination Day. Achso, bevor ich das mache, ich mach mal ganz kurz hier mein Gamma-Wert ein bisschen hoch, because die Sonne kommt. So, genau, sehr schön. Achja. Mache er hinne. So. Ist ja schön. Ähm, Loads? Ach Gott, das Level. Ahem, ja, das wird schon Spaß. Okidoki, ähm. Oh Gott. Bleib stehen. Nein, geh zurück, geh zurück. Ich werd nicht rein, ich werd nicht rein. Aaaaahhh. Direkt gestorben. Einfach direkt gestorben. Der ist ja nicht so geil. Jaaaah. Das war gut. Das war sogar sehr gut. Das war sogar sehr gut. Ich hab nichts mehr gemacht. Du musst mal aufpassen, wenn sich diese Scheunentür eröffnet. Ähm. Was ist die denn da? Jetzt wird sich alle gehen. sehr geil noch mehr die wir haben wollen ja ich habe nur für alle ist eigentlich meine andere war für nachgeladen garantiert nicht so wie ich mich kenne habe ich nicht nachgeladen war klar jetzt nachgeladen la munition da brauche ich noch nicht ich habe einen rechner hat so so nicht reaktionsfreudig ich habe das Gefühl dass die eingabe leckt also jetzt nicht das spiel an sich sondern meine eingabe so okidoki oder nicht okidoki sondern okidoki Literaturklappen oh da ist noch einer da sind doch noch ganz viele was lass mich sehr schön so noch mal weiter hier das alles ruhig ich möchte mal auf die waffe hier ich gehe mal davon aus dass ich irgendjemand nicht mag da hinten man sieht die ja gar nicht durch den karten nebel ist hier noch was ja gut ich lass mal hier erstmal paar leute her genau das zum beispiel siehst du ich hätte doch nicht die dinge auch mehr haben können ich bin doch dumm ok das müssen wir direkt nochmal machen äh da geht immer gar nicht ne 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 das hat ja nicht so gut funktionieren weiterversuch 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 und alle weg äh überhaupt nicht da sieht doch gut aus sehr schön so von der hat am meisten die ist eher so schlecht aus hat dann wie wenig munition ist ja was denn los hier ach weißt du was wir haben noch hier unsere schöne sniper weiter weiter die rockt aber mein gott macht die auer da kommt zeigt ich ok macht die lobe zuerst alter das ist auch bisher die sind braun auf dem braun hintergrund und da ist auch noch ein böser typ der grau auf dem grauen hintergrund und dann auch noch überall nebel da oben hört und ein zombie oder so wahrscheinlich hier ist der hohen sohn hat sich auf der brücke noch da hinten darauf gehen so und daran mein lieber du willst spiel dann lass uns spielen das war's dann wohl mit dir ok das sieht gut aus erst mal die loswerden jetzt zum minigun loswerden konnichiwa ich habe es nicht mehr gesagt komplett ausgesprochener weise aber ich habe daran gedacht dass ich ja vielleicht heute vielleicht doch wieder gut bin und dann werde ich direkt von hinten kalt gemacht aber von woher ich will gar kein ok dann hole ich erst mal hier diese so dann hoffe ich mal dass ich damit wie noch immer ich raus klug haben raus klugt haben darum ok gefunden so dann so dann mein darling oder so das oh da ist oh mein Gott ah fuck fuck yourself hab ich mich schon ich fasse so aus bin ich mir gerade nicht so sicher ok wir gehen mal hier ein bisschen zum safe spot und sprechen mal so dann gehen wir jetzt mal hier ein bisschen nein die hier es ist noch keiner ok was wollen wir immer Noch ein Pinkie. Äh, Karko Demon. Da ist er. Gefunden, Bitch. Oh, ein bisschen Medizin. Was? So. Für Wolva hatten wir noch keine. Ne, schade. Hat zwar keinen so schönen Zoom, ist aber wenigstens eine Highland Star Waffe. So. 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 Okay. So. So. Okay. So. 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 Jetzt können wir nochmal hier unser Glück versuchen. So. 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 PONNICHOA Die Post ist da. Sehr schön. Achso, war hier hinten nicht noch ein... Nee. Verwirkliche ich gerade wahrscheinlich mit Hexen oder Heretic. Können wir trotzdem probieren. Jump. Nö, gar nichts. So. Ich dachte, da kommt die Pinkie. Aber das war so... Ah ne, die Pinkies kommen ja oben erst. Ach, schon wieder. Ja. So ungefähr. Sieht das Ganze schon gut aus. So. War's nicht getroffen, als ob. War's nicht getroffen, als ob. War's nicht getroffen, als ob. Da siehst du, Medical Convention. Wo, Alter. Diese Sonne. Äh, ja. Das, danke. Die Sonne ist schon wieder so stark, dass ich die, die Pusten auf meine Tastatur nicht sehe. Kann man doch... Nee. Bringt doch eigentlich gar nichts, oder? Ich probier's trotzdem mal. Kann so sein, dass ich das schon mal probiert habe, weil das sieht halt so zum Anbeißen aus. Ne, man kann nicht probieren. Schade. Ja. Aber ich glaub immer, das versuche ich immer wieder, oder? Kann das sein? Ja. So, das kommt mir so bekannt vor. Äh, ja. Das war grad komplett daneben. So. Ach komm, ich mach einfach so hier. Nein! Oh, alter Glückab. Darf doch schon implikativ viel zu weit. Schau mal einer an, wer da kommt. Ach, scheiß Baum, alter. Ja. Okay. Sehr schön. Zoom. Oh, bleh. Okay. bereits alle weg. Vielleicht sollten wir mal hier auf die Waffe wechseln. Äh, sind warum auch immer eh schon alle aufgeweckt. Oh, was bist du denn für eine schöne Waffe? Ich habe keine Waffe, die wir brauchen, weil es schon ein bisschen interessant aussieht. Was ist das für eine? Oh, nee. Das gab es doch schon eine Wegbleibung. Lass mich hier rauf. Lass mich rauf. Lass mich rauf. Ja, jetzt kommt der sparsige Teil, dieser Map. Ähm, Gott. Oh, ich hasse diesen Map. Wow. Oh, ich hasse diesen Map so sehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sehe dich schon bereit zu vorbereiten. Ich müsste vielleicht erstmal da oben den Typen da oben da abschießen. Aber nicht mit der Waffe, das macht keinen Sinn. Denk mal lieber die Waffe hier. Ach, fuck. Natürlich getroffen. Aber wir sollten erstmal den Hitrunner weg sein. Das heißt, jetzt kann ich in aller Ruhe denn... Zielen und schießen. Zielen und schießen. Zielen und schießen. Alter, dieses Braun auf Braun. Man sieht halt einfach gar nichts. Wollt mich verarschen. Das Problem ist halt, wenn ich hier rein zoome, ich sehe oben nichts mehr und unten nichts mehr. Ich kann also nur noch wirklich nur... Ich habe kein... wie sagt man... Kein Augenlicht mehr. Ja, nee, ist klar. Kein... Ja. Ich bin halt sehr begrenzt, was meine Sicht angeht. Da unten, da ist er. Das war gut. Fuck you! 1% leben nur noch? Loll. Ich habe die Kitzze mit화를 Müll machen. Und persona sind jetzt hier? Bei uns sind noch welche? Alright, da unten ist noch Video für einer. Oh Gott. Oh, da hinten? Oh Gott, nö. Are you fucking kidding me? Was denn der? Klapp. Ah, war doch klar. Mann, schüsselt wandern. Das wird nie im Leben was. Kann ich eigentlich, kann doch hier auch, kann doch, nein. Ja, doch, das ist schon etwas besser. Wobei, kann ich doch gleich die andere Waffe benutzen. Äh, also die hier. Ja, ich hab die hier. Wobei, die hat doch nicht so eine gute Durchschlagskraft. Ich schon wieder. Ich bleib mal doch lieber bei der hier. Können die einfach mal stillbleiben? Wobei ich ruhig habe. Ich höre noch ein Zombie oder sowas. Fuck you! Und wo denn? Da sind doch gar... Ach doch, das ist doch einer. Ach Gott. Schon wieder nur ein Prozent Leben. Was ist denn los gerade? Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Ich weiß nicht, ich habe noch einen von ihm. Oh! Oh! Betonung auf wahr? Okay. Haben wir die Stellung auch geschafft? Sehr schön. Sehr gut. Die Kiste ist jetzt auch wieder voll. Das gefreut mir. Guck mal da hoch. Sieht aber nicht so aus wie das in der Hintras wäre. Okay, okay. Wie sieht's hier aus? Schlecht. Wie sieht die da gut aus? Sehr gut. So. 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 Aber hier für den Schroffinchen... ... für die Impfen die Schroffinchen zu verschwenden, ist dann echt eine Verschwendung. Hallo? Schon wieder so eine Waffe. Ich sollte mal öfters die Waffe benutzen, ne? Davon liegt hier überall Munition rum. Oh, und die benutze einfach nicht. Ist ja hier ein Träumchen. Oh Gott, wieder die Spinnerabteilung hier. Ja, ich darf mich nicht im Kreis laufen. Das heißt, wir müssen ein bisschen anders vorgehen. Indem wir uns einfach die ganze Zeit in eine Richtung bewegen. Alter, wir verleiten die bitte aus. Okay. Vielleicht sollten wir doch mal die andere Waffe benutzen. Hier, nein. Moment mal. Die hier, genau. Ja, aber... Die hat zwar gute Durchschlagskraft, aber ne? Die kostet auch ganz schön Munition. Also die gute Munition kostet die ganz schön. Okay, dann bleiben wir jetzt auf der Seite hier. Was? War zu nah dran. Aber es hätte geklappt. Ich schätze ich mal. Hoffe ich mal. Gedenke ich mal zu hoffen. Warum klingt das da wie Zombies? Etwa die kleinen Kliniken, die spinnen wie Zombies. Na geh doch. Yay. Alter, wir haben 100 Schuss verbraucht gerade. Das ist nicht so schön. Das ist echt nicht so schön. Achso, ja rauskommen sind wir auch nicht mehr. Ach, danke dafür. Äh, super. Die ganz so schöne Munition, die jetzt draußen überall noch rumliegt. Ist ja natürlich ein Träumchen. Wobei ich mir grad nicht sicher bin, konnte man da vorne nicht über den Zaun springen? Oh, ein bisschen Wurstung kann auch nicht schaden. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Man konnte doch hier glaube ich mal irgendwie da rauf springen. Ich muss mal kurz gucken. Da hinten? Nee, das ist zu hoch. Oder war das damals so ein nicht ganz gewolltes Ding mit Project Brutality, wo man den Doppelsprung hatte und sich da hochklemmen konnte? Das kann natürlich sein. Dass man da eigentlich normalerweise gar nicht hoch soll. Weil es sieht nicht so aus, als wenn ich irgendwo hoch kann. Ist alles zu hoch. Das ist natürlich ein Shame. Ich meine, wenn ich jetzt privat spielen würde, würde ich einfach mal kurz Noclip machen. Aber ganz ehrlich, nein. Nicht im Let's Play. Ich meine, wie viele Munition haben wir jetzt für die? Jetzt haben wir nur noch gut 100. Ah ja. Eigentlich haben wir nicht die Munitionen verwendet. Äh, ja. Gut, der hat wahrscheinlich auch weniger Munitionen gebraucht dann. Aber trotzdem. Gut, dann soll das mit dem Level gewesen sein. Äh, was nun sind alle geladen? I hope. Ja. Sehr schön. Okay. Na dann. Ähm. Ab jetzt nächstes Level. Warum ist eigentlich keine Musik? Ich hab doch die Musik auch aktiviert gehabt. Oder? Oh, ne, hab ich nicht drinne. Ups. Egal. Aber wir haben ja auch immer ohne gespielt. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.